Willkommen bei der LATELY SHOW. Wir schauen Dienstag einmal auf Nordirland. Wir hatten uns ja vor einiger Zeit bereits angeschaut, was der Brexit für die britischen Überseegebiete bedeutet. Kleines Update dazu, auch heute interessiert es die britische Regierung in London immer noch nicht. Nur ist es auch kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie die britische Regierung Gibraltar lange Zeit komplett außen vor gelassen hatte. Gibraltar hat eine Grenze mit Spanien und ein Brexit will bedeuten, dass dort Mauern errichtet werden müssten. Und gerade als Berliner findet man Mauern echt nicht cool. Dabei hat eine kurze Recherche auf einer Weltkarte ergeben, dass Gibraltar gar nicht mal so weit weg ist von Großbritannien. Dasselbe Problem gibt es aber auch direkt vor der britischen Haustür, nämlich in Nordirland. Kommt es zu einem Brexit ohne einen Deal, würde das theoretisch irgendwann bedeuten, dass wieder Grenzen zwischen Nordirland und Irland errichtet werden müssten. Und das wäre nicht nur unangenehm wie ein Gibraltar, sondern das würde den fragilen Frieden zwischen Nordirland und Irland zum Wanken bringen. Gerade deshalb sollten wir uns am Dienstag einmal die Zeit nehmen, uns das in der Show etwas genauer anschauen. Und nicht vergessen, am Freitag dann wieder unsere LATELY NEWS, denn alles andere da draußen sind ja bekanntlich nur Fake News. Eine schöne Woche und viel Glück da draußen!